Derzeit ist in Vorbereitung über verschiedene internationale Organisationen ein globaler Pakt für Migration. Das heißt Neudeutsch Global Compact on Migration. Und hier sind internationale Verträge, die, und die Unterschriften sollen im Ende dieses Jahres, im Übrigen nach den Bayerischen Landtagswahlen erfolgen, vertraglich bindend auch für Deutschland sein. Vertraglich bindend für eine Massenmigration, die sukzessive erfolgen soll. Das Thema klingt unbekannt. Es ist erstaunlich, dass es, obwohl schon seit mehreren Jahren, seit zwei Jahren genau, in der UN, UNHCR in Vorbereitung durch eine International Organization for Migration sehr stark vorangetrieben, auch der Presse bekannt sein muss, dass das in unserer Presse auch nicht erscheint. Wir haben im Moment, ich war in Brüssel, ich war in Straßburg, ich war in Jordanien, Amman, bei einer Sitzung des Europarats, Ausschuss für Migration und Flüchtlinge, und genauso auch in Brüssel bei der Anhörung zum Thema, waren in dem Falle kaum Vertreter der Union dabei. Zum Beispiel im Europarat gar nicht bei der Sitzung, die sich mit dem Thema befasst haben. Das Thema läuft parallel, ohne dass es große Aufmerksamkeit hier hat. hat aber, und es wird in dem Falle momentan schon die endgültigen Verträge liegen vor, Unterschrifts vorbereitet für in dem Falle finalen Entwurf, final draft in Mitte des Jahres, die Unterschriften für Ende des Jahres in Vorbereitung auch gestaltet. Wir haben hier ein Vertragswerk, das enorm Auswirkungen hat, weil es den sicheren Zuzug von Migranten in die Länder der Europäischen Union, aber auch natürlich Nordamerika, während natürlich Nordamerika, gerade USA sich abschotten, aber gerade Europa sehr, sehr stark befördern. Diese Migrationswelle, die momentan in Vorbereitung ist, ist enorm und auch von den Auswirkungen, wie gesagt, rein rechtlich, dann auch für uns bindend. Diese Verträge müssen thematisiert werden. Diese Verträge müssen auch in den Medien auch mit behandelt werden. Ich sehe, wie gesagt, in Deutschland kaum etwas. In Österreich passiert das jetzt nun etwas. Klar, die FPÖ ist dort in der Regierung. Aber mit einer Unionsregierung wird das Thema im Moment komplett unter den Tisch gehören, komplett verschwiegen, überhaupt nicht in dem Fall mehr behandelt. Und es ist erschreckend, dass unsere Medien dort genauso mitmachen. Deswegen sind wir als AfD-Fraktion gerade momentan dabei, mit Medien zu sprechen, auch in dem Fall zum Beispiel Junge Freiheit jetzt ein neuer Artikel, dass wir in der Bundesregierung jetzt Anfragen stellen, kleine Anfrage, die jetzt gerade schon läuft, auch in dem Fall noch Erweiterungen, die jetzt dann auch ergänzend dann kommen, um die Öffentlichkeit auf das Thema zu sensibilisieren. Und nochmal zu betonen, eine CSU, die hier in Bayern immer sagt, sie will sich um das Land kümmern, lässt das Thema ohne irgendwo weitere Kommentare, ohne Beteiligung, ohne wirklich ernsthafte Diskussionsteilnahme, zum Beispiel in Brüssel, wie gesagt, ich war dort, aber auch in dem Fall in den Straßburger oder auch in dem Fall Europaratsgremien, gerade in Jordanien, wo wir auch Flüchtlingsunterkünfte besucht haben, einfach durchpassieren. Das geht nicht, das kann nicht sein. Deswegen sind wir diejenigen, die für das Land das Thema hier auch adressieren, aufgreifen, thematisieren und allgemein auch in dem Fall zur Kenntnis bringen.